Nach den USA erlaubt jetzt auch Deutschland der Ukraine, deutsche Waffen gegen militärische Ziele in Russland einzusetzen. Dies ist im Einklang mit dem Völkerrecht, erklärte der Sprecher der deutschen Regierung in Berlin. Nach Einschätzung der deutschen Regierung kann sich die Ukraine mit deutschen Waffen gegen russische Angriffe verteidigen, indem sie diese auch gegen militärische Ziele in Russland einsetzt. In den letzten Wochen hat Russland von Positionen im direkten Grenzgebiet Russlands aus Angriffe gestartet, koordiniert und durchgeführt, insbesondere in der Region Kharkiv, sagte der Sprecher der deutschen Regierung, Steffen Hebestreit. Wir sind gemeinsam davon überzeugt, dass die Ukraine das völkerrechtlich garantierte Recht hat, sich gegen diese Angriffe zu verteidigen. Dazu kann sie die gelieferten Waffen im Einklang mit den internationalen rechtlichen Verpflichtungen einsetzen, einschließlich der Waffen, die wir ihr geliefert haben, heißt es in der Erklärung der deutschen Regierung. Dieser Schritt Deutschlands kam nach der Genehmigung durch die USA. Der Sprecher der deutschen Regierung spezifizierte nicht, welche Waffen betroffen sind, aber es wird angenommen, dass die Waffen, die Kiew einsetzen könnte, die Panzerhaubitze 2000 und die Mehrfachraketenwerfer Mars 2 einschließen.